Ich bin gefallen und habe mir den Oberschenkel gebrochen. Gibt es jemanden, der sich um mich kümmert? Den gibt es. Die hessische Berglandklinik. Mit Versorgungsauftrag für Geriatrie und Frührehabilitation. Wir helfen Menschen wie Ihnen. Wir bauen sie wieder auf. Schritt für Schritt. Bestmögliche Betreuung zur Wiedererlangung ihrer Selbstständigkeit. Wir aktivieren Sinne und finden gemeinsame Wege. Der Familienbetrieb ist fest verwurzelt in den Menschen und in der Natur. Die hessische Berglandklinik. Zurück ins Leben.